Musik Genau, wir sind im Museum Ludwig. Habt ihr eine Idee, warum hier Ludwig dran steht? Musik 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 Am besten hat mir das Bild mit dem Schinken gefallen, weil das war so ein neues Style und nicht so altmodisch, jetzt zum Beispiel wie die Mona Lisa oder so. Musik Ja, also ich fand das ziemlich gut, dass wir uns auch bewegen konnten im Museum und dass wir dann mit Phantomime Sachen darstellen konnten. Musik Ja, wir kommen von der Gesamtschule Eifel mit der Klasse 6D, haben diesen Museumsbus gebucht und sind sehr glücklich darüber, weil das gerade bei uns im ländlichen Bereich natürlich auch sehr schwierig ist zu organisieren und hier hat man so das Rundum-Paket. Es wird alles super, bestens organisiert, die Kinder fühlen sich aufgehoben, wir können einen ganz entspannten Tag drinnen und lernen, Weltkunst kennen, ganz toll. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020